Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, ähm, 45 Karriere Modus. Demolation wird eingestoppt. Kurze Nachricht, die Mannschaft, Pawe Olwoski hat sich beim Training heute verletzt, die Diagnose laut und schien beim Buch. Er wird vier Monate ausfallen. Oh, okay. So, gegen Frankfurt geht's heute ran. Oh, ne, ich hoffe, wir gewinnen. Wir wechseln. Und die Neger für das dritte Trikot. So, komm schon. Wir wollen hier das, den Sieg. Ja, komm, das brauchen wir nicht zu machen. Wir sind viel zu klein dafür. Das brauchen wir nicht machen. Das nützt uns nichts. So. Los. Geht es. Gegen hat Anstoß. Wir gehen sofort wieder auf Offensiv. Ah. Komm schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ein schlechter Pass. Von uns. Ja, komm. Ja, stark. So, komm schon. Jetzt mal durchgepacet. Und dann, oh mein Gott. Vor der Linie hat der Verteidiger noch gerettet. Genau vor der Linie. Schlechter Pass. Schlechter Pass. Stark. Jetzt hier. Ja, stark. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schau dich das an. Stark hier. Und dann. Boots. Es war abseits, aber egal. Das Tor, also der Schuss war krank. Der war richtig krank. Oh, hier komm schon. Weiter, weiter, weiter. Ah, hier sehen wir natürlich nicht, also der Mitspieler. Oh mein Gott, was ist das denn? Komm schon. Ah. Komm schon. Weg vor den. Ja, stark. Stark gemacht. Oh mein Gott, was war das von uns? Das ist auch kacke. Ja, das da war gut. Gut. Da war auch gut. Und jetzt hier, der Pass zurück. Oh mein Gott. Hier. Oh mein Gott. Diese Vorbereitung. Oh mein Gott, dieser Pass. Oh mein Gott. Zurückspielen. Oh. Oh. Starker Volley, aber wieder mal. Ist abseits. Mann ey. Weiter. Ja, kritische Sursch gesetzt. Zurück. Oh. Hm. Der Pass. Ey Mann. Die Spiele auch hin. Scheiße. Kann schon. Hier oben bei uns. Wo muss der Ball? Oder auch nicht? Hier setzen wir wieder Energie sparen. Oh mein Gott. Das kann einfach nicht sein. Was ist das denn? Langsam. Komm schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja komm. Ich will es jetzt nicht mehr sehen. So. Achtung. Oh mein Gott. Diese Parade. Und dann der Nachschuss sitzt. Mann. Komm schon. Komm schon. Oh mein. Was war das für ein Schuss? Mann. Okay. Halbzeit. So. Weiter. 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 Wir geben nicht auf. Wir geben gar nicht auf. Wir fangen eher sofort an. Hier. Ey. Okay. war der Longshot-Versuch. Oh mein Gott. Was war das? Da müsste man schießen. Was war das für ein Schuss? Mann. Ey. Komm schon. Komm schon. Stark. Komm schon. Na los. Stark durchgesetzt. Ja gut so. Jetzt wieder zurück. In die Mitte. Hier ist der. Der Pass. Hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mann. Schießt. mach die Flanke. Was war. Ey. Mann. Ich versteh's nie. Komm schon. Ich will hier jetzt hier nicht verlieren. Ja. Stark von uns. Komm schon. Setz dich durch. Setz dich durch. Stark. Stark. Nein. Der letzte. Mann. Ey. Mann. Ja. Zum Glück hat sich einer verletzt. Wenn ich irgendeine. Fröhliche. Slash. Das ist totaler Angriff. Wir müssen jetzt einfach das Tor schießen. Wir müssen. Es gibt keine andere Wahl. Vater. Mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gott. Schaut euch diese Widerhode an Schaut sie euch an Wie er den Ball damit genommen hat Einfach nur geil Einfach nur geil wie ich mal sagen Nur dann das 1 zu 1 So weiter Ja stark Was soll ich denn auch noch Schuss Mann ey Komm schon Angriff Ne was wir jetzt abwählen wollen Komm schon schneller Wir müssen nur ein Tor schießen Wir müssen nur ein Tor schießen Wir müssen nur ein Tor schießen Ja was schießt er den Ball ja immer so weit weg Das nennt er auch richtig Komm schon Ein Angreifen Mann ey Ja jetzt Jetzt hier Jetzt hier Ich rieche es Keiner greift an Das ist gut Zurückziehen Nachspielzeit Nachspielzeit Und wer hier ist in der Nachspielzeit das Tor schießen Ich schwöre euch Jungs Oh mein Gott Oh mein Gott Bitte schieße mal nicht weit weg Ich hasse dich Jetzt hier nochmal Alles Alles Mann das kann nicht sein Nein Wieder ein Unentschieden Es geht einfach nicht Es geht einfach nicht Schon wieder ein Unentschieden Und ja Jetzt geht es gleich gegen Dortmund Jetzt geht es gleich gegen Dortmund Wir sind in der nächsten Saison Ich finde mal hier die Tabelle schauen Wo sind wir? Elfter Ist nie so prickelnd Ja Ich würde aber dann auch mal sagen Was ist schon wieder mal von dieser Folge ohne Wir sehen uns in den nächsten Video Bis dann Haut rein und ciao Ciao